Hallo, ich bin Sonja Elisabeth Beck-Heinrich und ich bin seit drei Jahren MFL-Coach. 2012 hat mich eine Freundin mit nach München zum Erlebnisabend genommen. Da habe ich Kurt kennengelernt und ich war ganz fasziniert von dem, was er mir da erzählt hat. Und vor allen Dingen, ich war fasziniert von der Antwort, die er mir auf meine Frage gegeben hat. Als ich heimkam, habe ich mich sofort auf den Basis-Workshop angemeldet und ich kann nur sagen, dass das wirklich die geilste Woche meines Lebens war. MFL hilft mir, weil ich jedes Problem, das auftaucht, jeder Ärger, ob in der Partnerschaft mit meinen Kindern oder im Beruf. Ich kann jedes Thema eigenverantwortlich für mich selbst anschauen. Und was noch schöner ist, ich kann es für mich selbst lösen. Ich muss mir nicht jemanden suchen, wo ich hingehen muss, der mir dabei hilft oder vielleicht hilft, sondern ich kann mir eigenverantwortlich selbst helfen. Mein Lebensmotto ist, dass das Leben wirklich jeden Moment das Beste für mich will, auch wenn es mir nicht immer gefällt. Also lebe, liebe, lache und fühl dich einfach frei. Gestahnt habe ich zuletzt über Klientin, das war vor zwei Wochen. Die hat das zweite Mal bei mir angerufen. Sie hat wirklich ein großes Thema gehabt, das sie schon länger bearbeiten wollte. Und ich habe sie ganz leicht in ihr Feld führen können. Wir haben die Wurzel ihres Themas lösen können, obwohl sie MFL auch noch gar nicht gekannt hat. Und es erstaunt mich einfach immer wieder, wie leicht auch ein Nicht-Mfler seine Themen lösen kann, selbst am Telefon. Ich würde mir einfach wünschen, dass jeder, dass du und ich uns so annehmen können, wie wir sind, dass wir uns bedingungslos selbst lieben. Mit all unseren Schwächen, mit all unseren Stärken uns so annehmen in unserer Einzigartigkeit. Denn nur dann sind wir innerlich wirklich frei. Und auch nur dann können wir jeden anderen so annehmen, wie er ist. Und dann wird die Welt immer schöner und schöner.